so ab zur nächsten quest im dunkeln ist gut munkeln let's go so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Gabe Hier einmal durch den Burghof Alle Fragen Das wird wahrscheinlich die Quest sein Mal gespannt Wo ich hierher muss Ich muss in die Passagieraden Kannst du wirklich nur in hin und her laufen Warte mal, ich bin falsch, muss hochlaufen Schütte Wollt ihr nicht ins Verlies Wollt ihr hoch zu den Wassergärten Im Dunkeln ist gut dunkeln Ist auf jeden Fall ein witziger Witziger Satz Und versteckt Wer versteckt diese Treppe hier Aber ja, von hier kamen wir auch Wollt ihr euch? Wollt ihr euch? Wollt ihr euch? Dann geht es zum Beispiel Okay, ich hab's Wort Amen. Super. Das war jetzt meine, das war jetzt meine Quest, wahrscheinlich. Der Hammer. Sieht so ein bisschen aus wie Müll, oder? Sieht so ein bisschen aus wie Blumen. Sieht so ein bisschen aus wie so Kristall, entweder so Kristallblümchen oder Müll. Sieht so ein bisschen aus wie Blumen. 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 Und wenn du mit uns kommst, können wir dich beschützen. Sieht so ein bisschen aus wie Blumen. 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 dann auf zu den gärten ist ja nicht so als wäre ich gerade eben schon da gewesen aber gut dann solle es so sein fällt auch rein auch so ein riesen auge fällt auch gar nicht auf sehr sexy die wölfe sehen echt cool aus abziehen eventuell da ist einer ja 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 gut jetzt hört er auf mich steigt auf da fliegen wir da fliegen wir davon der sieht ziemlich cool aus der sieht ziemlich cool aus was ist das für ein ort einer den ich erschaffen habe um mich hier alleine zu verbergen zumindest war das der ursprüngliche plan aber dann zog es alle hierher die es nicht geschafft haben sich dem gefolge eines stärkeren anzuschließen eine zuflucht für die heimatlosen oh wie süß die dann die das die 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 das in diesem dorf herrsche ich jetzt wissen sie dass ihr zu mir gehört und werden euch in ruhe lassen ich will also ich finde sie als charakter ziemlich cool hier ist ziemlich cool die macht was ja so ihre ausstrahlung und so okay das war die quest leute auftrag abgeschlossen im dunkeln ist gut munkeln ready das war's für diese folge leute vielen dank fürs zuschauen fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge haut rein ciao ciao